herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fall von dem wolf mit dabei 85 wieder und ein kleiner wuff hallo was wollte bitte noch mal die 20 27 da genau davon werden wir jetzt auf jeden fall ein paar bauen sobald wir den monteur haben was wollte ich jetzt bauen noch möchtest du lieber eine top chest oder einen sitz oben drauf ja egal man kann eh nicht drauf sitzen also stimmt also eine top chest das hat das an der umwelt freundlichkeits ding bin mal gespannt ob das überhaupt was bringt du musst erstmal auf jeden fall erstmal in die kiste tour die kann ich niemand rein dann geht das nur mit dem monteur dann oder das ist im blog weißt du das okay aber nein ja da müssen wir sicherlich irgendwo antun dann ein plan wie gesagt wichtig ist jetzt die das modul änderung der fall denn wenn uns das ding auseinander fällt ja was passiert dann dann bleibt stehen okay dann bleibt stehen das ist logisch bis werden da was reingetan okay dann brauche ich jetzt mal die top chest ich bin dabei dies wetter umzusetzen wenn die stört mich ja eben wie eben wie weiß sie warum aber irgendwie stört die ich weiß nicht warum aber ich stört es stört einfach gut wenn jetzt keiner am system dran ist dann gehe ich dran weil das modul läuft werde ich mich auf jeden fall mal darum kümmern dass alle kisten überall abgebaut werden und alles in mc rein fliegt ich weiß ja wie die nummer so hoch baum werde ich glaube eher weniger wie verbruchte ich jetzt sechs genau den schaden mit materie dürfte doch gar nicht mehr aktiv sein man trägt man das materie immer schaden aus so was das und eisen und stein habe ich schon oder selten zahnstein nach oben lassen frage zeichen keine antwort so ohne antwort ich hoffe das ding wird jetzt nicht in einem glühenden feuerball aufgehen ich bin gespannt so ok gut jetzt haben wir drei machen mache ich ja eigentlich was wollte so wollte ich jetzt noch dazu haben zudem in einem anderen motor also ist nicht also den enden schmelzgerät wird sich das lohnen ansonsten weiß ich nicht ob das sich lohnt bei dir haben wir jetzt für feuerwerksanzeige brauchen wir jetzt nicht nein hat man silvester gebraucht ja das ist mir klar ja es tut mir immer nur leid dass kein silvester special kam ach dann ach ja die chinesische neujahr ist auch schon vorbei ja also es ist vorbei nach irgendwo feiern sie bestimmt auf mond ja auf mond genau das jeden monat silvester einmal im monat ja ich habe so eine große nase na wittes ausstiegs und obelix nachmachen boah hat die große nase ja ich habe so eine große nase nein die hat keine große nase du meintest jetzt asterix und obelix bei kleoprata und die hatte keine große nase eine schöne nase die hat eine schöne nase ok so da war schon einen perfekten platz für dies metri ich habe jetzt da hinten ja am platz wie das ding wo ich besser an dem e anschließen kann ja dies metri kann man dem e anschließen da brauche ich noch einen controller dazu wo ich die anschließen kann und dann kann ich automatisch sagen ja sprennen ja da 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 aber die platten muss ich selber da reinlegen ja du denn noch eine idee was man da noch machen rein machen könnte flasche bier ein extremes schmelzgerät extremes schmelzgerät vielleicht noch ein blatt das ist das extreme schmerzgerät das ist das extreme schmerzgerät das ist das extreme schmerzgerät ist so extrem das gibt es nur hier bei den extremen schmerzgerät so 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 jetzt sagen die schmerzgerät kommt hier an die ecke hin ist das schmerzgerät stein? nein hochofenziegel wir haben keinen ofen normal was brauche ich da für ein stein nochmal für die es metri versteckte ziegel schmerzgerät stein ach steht ja eh dran okay noch close zum klein machen ohne nicht ohne das ist ein der das ist nicht der 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 ich weiß es echt nicht warum du deine spielzeit immer verlegt so davon zwei stück boah wird da was das kann ich das kann ich aber kommen jetzt die nebengeräusche weil meine katzen sich lieb haben ja aber nicht wenn der aufnahme die haben sie immer lieb da mal um wie das katzen aber den geht es gut die haben sie bloß lieb wenn du das wachs nein du will schnell kommen ich will das wenigstens noch hinbauen und obsidian 12 ok ok leute das war's wieder bis zum nächsten mal tschau tschau